Ein bisschen 4x4 ist lustig doch, lalalalalala. Irgendwie du shakerst. Guck mal, ich kann das endlich gar nicht erzählen. Ach guck mal, jetzt ist doch wieder hier. Ist doch schon wieder fast ruhig. Sagt sie und ihr mein Ding los. Das ist schon witzig. Mir kommt gleich der Porridge wieder hoch. Mir auch. Diese ekelhafte Pumpe. Ich weiß auch gar nicht warum das immer so nach rechts und links und nicht nach oben und unten. Finde ich deutlich angenehmer. Das nehm ich nicht mal.